Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video. Mein Name ist Jan Gräfe, ich bin der Kurshaus des Bildmuseums. Auch heute möchte ich einige Exponate von unserer Ostausstellung auferstandend vorstellen. Die Exponate werden auch auf unserer Website mit Text und Fotos zu sehen sein. Historia des Leidens und Auferstehung Johannes Bogenhagen, 1485 bis 1558, war ein deutscher Theologe und ab 1521 ein enger Mitstreiter Martin Luthers bei der Reformation und zugleich Pfarrer an der Stadtkirche in Wittenberg. Bogenhagen war Luthers Beichtvater, schloss die Ehe zwischen Luther und Katharina von Bora und hielt die Grabrede nach dem Tode Luthers. In seiner Schrift Historia des Leidens und Auferstehung unseres Herrn Jesu Christi gibt Bogenhagen eine zusammenfassende Darlegung einer Harmonie der Passionsgeschichte. Es ging Bogenhagen insbesondere um den Nachweis der geschichtlichen Wahrheit im biblischen Zeugnis. Die Bibel steht also im Mittelpunkt seiner exegetischen Arbeit. Zunächst wurde sie in lateinischer Sprache gedruckt, erste deutsche Übersetzungen erscheinen ab 1526. Die vorliegende Ausgabe von 1530 ist noch ohne Illustrationen. Nur das Titelblatt zeigt die Vertreibung der Händler aus dem Tempel. Spätere Ausgaben sind reich illustriert und zeigen somit das Bedürfnis des Volkes nach einer solchen Harmonie und die Beliebtheit Bogenhagens Arbeit. Im 17. und 18. Jahrhundert gibt es mehrere Druckerfamilien, die den Markt mit Bibeln beherrschen und regelmäßig neue Ausgaben drucken. Eine der Druckerdynastien ist die Familie Ente aus Nürnberg. Seit 1613 werden hier Lutherbibeln gedruckt. Vorstellen möchte ich nun die 24. Dillerbibel von 1747. Sie enthält ein schönes Titelblatt mit einer ausgemalten Illustration. Ab 1656 gab der Nürnberger Drucker Wolfgang Ente diese Ausgabe der Lutherbibel heraus, die auch für den Gebrauch in der Familie geeignet sein sollte. Die Verantwortung für den Text trug der Nürnberger Theologe und Philologe an der Universität Jena, Johann Michael Dillherr. Dillherr war Protestant und erster Prediger in der Nürnberger Kirche St. Sebald. Gegenüber der Kurfürstenbibel sollte die Dillherr-Bibel kostengünstiger sein, um auch für den Gebrauch in Gemeinden oder sogar der Familie geeignet zu sein. Die Holzstünde sind passend zum Inhalt des Textes eingefügt und erlauben so, die Bibel auch als Bilderbuch zu lesen. Denn die Menschen der damaligen Zeit kannten die dargestellten Szenen und konnten diese identifizieren. Die Illustrationen finden sich nicht nur wie sonst üblich im Alten Testament, sondern es gibt auch zu wichtigen Szenen des Neuen Testaments viele Darstellungen, wie in diesem Fall zur Ostergeschichte. Zusätzlich finden sich als Bildzeile kurze Verse in Reimform, die das Geschehen erläutern. Zur Auferstehung Christi heißt es beispielsweise, Der Fürst des Lebens siegt, O Glaubens, Trost und Freude, Der Engel sitzt im Grab, im reinem weißen Kleide. Die Dillherr-Bibel war ein großer Erfolg für die Druckerei Enter. Von 1656 bis 1788 erschienen mindestens 29 Auflagen. Bibelfliesen Diese Keramikfliesen stellen biblische Szenen dar. Es sind um die 600 verschiedene Motive, sowohl aus dem Alten als auch aus dem Neuen Testament bekannt, die auf den Fliesen dargestellt werden. Bibelfliesen sind im 17. Jahrhundert in den Niederlanden entstanden. Die Niederlander waren damals kalvinistisch geprägt, sodass es erstaunlich ist, dass gerade dort biblische Darstellungen geschaffen wurden. Beim Kalvinismus wurde das Bilderverbot in Kirchen streng geachtet. Allerdings sollten sich die Gläubigen außerhalb der Kirche mit den biblischen Geschichten beschäftigen. Generell wurden auf den zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert hergestellten Keramikfliesen aber nur etwa 6 bis 8 Prozent mit biblischen Szenen verziert. Die Werkstatt der Fliesen lässt sich anhand der Eckmotive und der Art und Weise der Bemalung zentifizieren. Bibelfliese zu den Emmausjüngern Am gleichen Tag, an dem die Frauen das leere Grab von Jesus entdeckten, ereignet sich auch folgende Geschichte. Zwei Jünger Jesu finden sich auf dem Weg von Jerusalem zu dem elf Kilometer entfernten Emmaus. Der eine heißt Kleopas, bei dem anderen solle sich nach außerbiblischen Quellen um den Evangelisten Lukas selbst handeln. Es heißt, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren mit Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten. Die beiden Jünger tragen auf der Bibelfliese die charakteristischen Pilgerstäbe, während Jesus in ihrer Mitte durch den Strahlenkranz gekennzeichnet ist. Der rechte Jünger deutet mit seiner einleitenden Geste auf ein Gebäude in der linken Bildhälfte. Dies könnte symbolisch für Emmaus stehen, wo die beiden Jünger Jesus später, an der Art, wie er das Boot bricht, erkennen. Bibelfliese-Kreuzigung Die hier zu sehende Bibelfliese zeigt die Kreuzigung Jesu Christi und legt den Fokus auf eine besondere Szene, als die Soldaten um die Kleidung von Jesus würfeln. Es heißt, nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen sie das los und verteilten seine Kleider unter sich. Hierbei handelte sich um ein drückesgängige Praktik. Die Vollstrecker der Kreuzigung durften die Kleider des Gekreuzigten als zusätzliche Bezahlung behalten. Johannes berichtete davon, dass unter den Soldaten ein Streit um den aus einem Stück gebliebenen Rock von Jesus entbrannte, die in so die Entscheidung per Würfelspiel lösen wollten. Bibelfliese verleugten durch Petrus Nachdem Jesus von Judas verraten wurde, wird er gefangen genommen und zum hohe Priester Kajafas gebracht. Während des Verhörs wartet Petrus draußen zusammen mit Mägden und Knechten an einem Feuer. Da wird Petrus immer wieder beschuldigt, ein Anhänger Jesu zu sein. Aus Angst davor, ebenfalls gefangen genommen zu werden, verleugnet er diesen Umstand aber insgesamt dreimal. Und Petrus erinnerte sich an das, was Jesus gesagt hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Auf der Fliese erkennt man rechts Petrus und links eine Magd, die ihn offensichtlich erkennt. Petrus hebt seine rechte Hand ab, während nach oben, wahrscheinlich um der Anschuldung der Magd zu widersprechen. Zu rechten sieht man den Hahn. Auffällig sind die mittelanderlich anmutenden Gebäude in der rechten Bildhälfte. Man erkennt, dass der Künstler die biblische Szene in eine ihm nähere räumliche und zeitliche Umgebung verortet hat.